hallo und herzlich willkommen hier zu meiner folge hier bei kettler kops ja die aussage ist erledigt das war felder ich habe leider in den traktor gewaschen und zurückgestellt die sehmaschine ist auch in der garage und ich würde mir jetzt paar tage vorspulen ungefähr 14 tage und dann schauen wir mal was vom feld schon geworden ist wieder doch gleich so ach so schlafen gehen im bett sicherlich ich wollte 14 tage vorausspulen computer naja so 14 tage ja das ist viel schlafen weil ich wollte mal sehen wir haben regen das ist gut was dunkel man schlafen noch mal fünf stunden noch mal 14 tage das war jetzt verkehrt mit gelaufen gut ist immer noch ein hell gut wir haben sauber also was machen wir am besten wir müssen erst mal zum händler wir brauchen da erstmal ein gerät zum dünger streuen das zwar ist zwar will ich könne also granulat streuen polver mäßig so ähnlich so da haben wir doch schon ja dünn dabei 90 prst die haben locker und 42 meter das gut mit nicht wir kaufen das geld haben wir noch ja wir kaufen das kaufen das kaufen muss da sein na mitte da ist ein gutes stück weil sie fleißig ja wir hatten schon mal zwei tage rückauf wir können mal gucken menü und zwar sagt eigentlich unser feld aus so tiere 0 da haben wir unsere angestellten die wir haben könnten im besitz ich habe nun feld 4 und feld 3 wie man sieht ist stickstoff phosphat phosphor sehr schlecht und fällt 4 das fällt 4 und feld 3 das genau gleiche also ich habe das prinzip zu wenig was ist wichtig mehr geben im prinzip können wir jetzt kräftig erhöhen ich hatte auch abends schon mal sogar das hellblau keine ahnung jetzt das entsprechend mehr weniger ist ich habe einmal dümmen vergessen die aktiviert also wir können locker mehr gehen aber starten noch gleich so 3000 passen rein das heißt jetzt gehen wir auf karte fügbar im besitz wo ist die karte wir wollen ja ja ist ja ein bisschen gedüngen ich hatte ja auch zum schluss mehr gegeben also hellblau statt besser zu sein ich will zum händler ich kann es ehrlich sagen hier muss man auch zurechtfinden wird es ja alle nix jetzt kann ich mal eine karte gucken da hinten ist die oben da ist lohne den viel händler ist da ach so hier klicken wir an zumindest wissen wo ist normal das kreuz aktivieren dass wir wissen wo wir sind gut geradeaus selber fahren ist da die beste methode ich denke der traktor ist mal zu laut ne das reduzieren wir gleich mal ein bisschen da war für wichtig gewesen einstellungen sound fahrzeug innen auf stärke geben auch unter speichern und fortsetzen ja so ein bisschen besser denn der berühmte aufmerkorten darf nicht so einen großen bereich gehen also gelb ist ok ja gar aus ja wir brauchen Dünger und zwar von allen etwas also 15 prozent 15 15 15 15 denke ich mal das wird mein favorit werden dann decken wir alles ab dann können wir mindestens 300 kg geben pro hektar und später mal schauen ob wir da mal ein bisschen mehr hinkriegen also beim zweiten mal normal dünn ja hier gab es ja ein Update vor einer Woche ungefähr ja schauen wir mal ne bei vielen sagen kann ich noch nicht es soll noch neue Geräte zu kommen sein und es soll auch das Spiel auf mehr Prozessoren gesteuert werden also gestern ja was gestern ja gestern nicht so sagen konnte weil einer war auf 100% und alle anderen waren so naja ein Drittel einige gibt nicht alle aber einige ein Drittel und zweiter halber mal ein Drittel und zweiter halber mal ein Drittel aber der gehört Traktor flübert ein bisschen ne ja ich habe hier beim Saatmaschine das Saat ein halb vergessen gehabt und dadurch konnte ich keinen Saat mehr kaufen so werden sie an so Ladegut wir hier wir brauchen ja alles ne wir machen mal voll dann dann werden wir eben mal einstellen nebenbei der ist gut ausgewählt also so hat der eineinhalb gesagt ne das hier ist ein Scherz wert weil ich möchte nicht zu viel düngen ist auch blöd Anführungszeichen da packt das noch so laut und auf Musik ist aus weil ich nicht weiß wegen Rechte und so ne dass alles Thema frei ist dann könnte Probleme genug geben bei Youtube wenn das nicht Thema frei ist dann wäre das schlecht dann wird das mit im Prinzip äh Teilmöglichkeiten einfach die äh füllen den Ton raus also die Musik normalerweise nur oder komplett löschen ne und dann wäre die Arbeit ansonst ist ja nicht nur äh meine Arbeit sondern auch das ganze bearbeiten das Spiel und so bearbeiten dann Hände auch hochladen ne und ausfüllen alles war ja immer schade ja und da läuft ja eh noch die Musik mit dem Deckwand ne ob wir ja von zwei Titeln parallel laufen verschiedene naja wird ja wirklich gut klingen der ist gut gefüllt im Tank naja füllt sich langsam ja dann mal gleich gucken ja jetzt gucken gleich sofort und zwar wir brauchen unser Felder zurück das ist typisch da sollte ich gar nicht hingehen ja 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 Feldanschläge kommt da hin da hin da hin gut ist voll gut ist voll wieder mehr rein gut dann müssen wir ganz kurz wieder hier das Kuhstück aktivieren damit ich anzeige wo ich gerade bin sonst das Kuhstück das Kuhstück das Kuhstück das Kuhstück naja viel Erfolg also viel Ernte erwarte ich nicht weil weil einfach die Unerfahrenheit auch beim bei der Aussaat habe ich da bestimmt einige Fehler begangen dass ich da zu wenig gegeben habe da war mit 200 zu wenig wenn man locker doppelt gehen kann ja die Baume ist schon bald ne grüne geworden immer noch kalt 8,8 Grad ne 57 das ist ruhig aufgestanden aber eigentlich wollte ich nur einmal schlafen jetzt haben wir vor allen Dingen 16 Stunden ah ein Hase ein Kaninchen kurze Beine das Kaninchen ja bei mir ist Mittwoch jetzt äh Runde jetzt muss ich rechnen haha jetzt darf ich denn im Dienstag also Samstag waren vier Folgen was geht ihr jetzt müsste eigentlich Dienstag sein da muss ich jetzt aufpassen wegen äh wegen zulästern froh wird man das ja wünschen ne mein tu hier tut man ne alle froh und das ja äh verkehrt gefahren ja fahren wir hier lang ne mein Kumpel sehen wir den Geburgen hier macht gerade Urlaub äh Lohnunternehmer äh das zählende Tage ist ein naja Problem das kann man nicht ausrechnen da muss man sich überlegen ne jedenfalls äh würde ich eh einen guten Rutsch wünschen schön flässer fest ob es das ja bisschen blöd sein wird wegen der doch schönen grünen gewonnen teilweise ja wir haben ja 30 ne große Arbeitsbreite da geht es ziemlich zu weh müsste eigentlich heute noch so schaffen sein so ja aber das können wir morgen machen ne solisch aber das soll es schon gewesen sein für heute sagen wir mal tschüss tschau ja morgen dann geht es um dünnlosene und ja schau man ja tschüss wir können ja dann tschüss tschüss